m Metro Ticket das lassen wir mal da Luca Cola Quantum Pock X-Fail, die Cherry Bomb das hatten wir hier da ist der Super-Motant down gegangen oh da haben wir gerade 40 Schuss Munition bekommen das verstehe ich nur eins der hat hier in der Ecke gestanden ach da sitzt jemand, lol ich wollte es sagen, irgendjemand hat er doch hier geschossen das hat man noch gehört wie sieht das denn aus okay das ist echt ein bisschen eklig Gott sei Dank wer sind Sie? egal, spielt jetzt keine Rolle holen wir Rat und hauen ab die Super-Mutanten haben Big Town überfallen und mich hierher verschleppt sicher um mich bald zu fressen sie können mich nicht zurücklassen dann lassen Sie uns abhauen vergessen Sie nicht, dass wir auch Rat holen müssen sie ist immer noch unten in der Verwahrungszelle ich war da schon oben Aufgaben sind wir Big Trupple in Big Town los, Männer sieht so aus, als wenn jemand eine Waffe werfen lange warte ich hier aber nicht okay, wir lassen den hier mal sitzen lange warte ich hier aber nicht weil ich nicht weiß, was oben auf uns wartet und jetzt sind wir überfüllt sie können nicht nach mehr Tagen Kühlschrank Kühlschrank oh, das muss ich alles mitnehmen hier kann ich nicht liegen lassen das haben wir aber ganz einfach ich bin ein bisschen angeschlagen ich jetzt ein bisschen was esse dann oder ich gebe dem einfach eine Waffe das Problem ist, ich weiß nicht welche ich habe nicht genug Munition ich drücke ihm einfach mal eine Pistole in die Hand dann kann er mitkommen ich hasse das weil Leute zu beschützen in solchen Spielen aber naja ich esse mal schnell ein bisschen was und dann gebe ich ihm irgendeine pukliche Waffe und dann geht es weiter Gewicht 1 bringt ja noch wirklich viel und ich das dann esse Katschoffel-Shit Obwohl wir haben das komische Piree-Zeug hier noch rein Hunde-Bomben Hundefleisch den Kuchen essen wir noch dann noch ein Fallobst und noch ein Eichhörnchen-Ding und dann passt es so Gott sei Dank wir sind Sie Egal Sie gehen voran in Ordnung ähm was kann ich einem guten Mann denn mal geben Pistole mit 7 Schuss haha Fail ja ich weiß echt nicht was ich ihm geben soll ich könnte mir eine normale Pistole geben hat er jetzt die ganzen Munition dafür bekommen nein der bekommt mal 30 Schuss die müssen ihm mal reichen beenden die los mir noch ich bleibe nicht hin wir speichern mal jetzt habe ich zwar eine neue Kartenmarkierung aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan wie wir jetzt nach oben kommen sollen ich glaube ich muss mir mal diese lokale Karte aufrufen das war noch nie benutzt Polizei Hauptquartier Partei da müssen wir jetzt wohl erst hin und dann wieder nach oben lol aber oben war doch gar da bin ich jetzt ein bisschen hier ein bisschen neben der Spur hm komm Digga lass mal nach oben chillen ne Verwarnungszelle aber ich war doch hier überall oh ich bin an einem Mutant nicht vorbeigelaufen Fail Manu Schreibtisch ist leer gibt es ja auch wieder Minen wie wie schön dass du am Leben bist Shorty ha süß sie retten Shorty und mich aber gerne doch danke ich dachte schon wir wären erledigt ich glaube die anderen sind tot sie haben Karma dazu gewonnen lässt sich ja zurück nach Big Town bringen erfüllt Red Redden ich bin froh dass sie noch leben danke das ist alles ich habe ihr Leben gerettet wie wärs mit einer Belohnung ich mach mal oben das ich bin freundlich gerne doch ich bin auch froh ich habe vergangen Glück dass sie gekommen sind ist da noch jemand es reicht mit dem Quatsch wir müssen raus sieht so aus als würde hier jemand eine Waffe brauchen ne der kann ich jetzt nicht auch noch eine geben was steckt dann hinter all den was steckt denn hinter all den hm keine Ahnung was die hier machen ich kann ja schlecht mal kurz nach oben gehen und mich umschauen sorry bin nur frustriert hab das Gefühl ich bin hier in einer Art Auffangbecken ich glaube sie haben die anderen woanders hingebracht alle anderen sind entweder tot oder wurden sonst wohin verschleppt lassen sie uns besser schnell nach Bigtown zurückkehren ich hab doch gar keine Ahnung wo die Bigtown ist jetzt lass uns verdammte mal abfauen von hier abgebrochen ja genau wir schießen mit drei Mann auf die Red Kagerlage ja genau wir schießen mit drei Mann auf die Red Kagerlage aber aber wieso hab ich das Gefühl dass hier irgendwie noch mehr ist wir können in Bigtown wieder reden aber jetzt tauen wir erst mal yo ich weiß was ich tun ich hoffe nur sie wissen was oder auch nicht ich weiß noch nicht mal wie wir aus dem Gebäude hier kommen sollen okay jetzt haben wir wieder draußen so schlechte Hintereingang müssen wir erst mal wissen oh der oh ein Super Mutant oh nein ein Super Mutant im Nacken sitzen und ich muss die zwei Vögel retten das kann ja spaßig werden chinesische Pistole ich hab nichts doch ich hab noch so ein Sturmgewehr bleib ja da stehen weh du läufst auf den Mutanten zu wo? na? reicht's schon? hier ist ein ganzes Lager scheinbar oh nein ich muss trotzdem da durch ich hoffe das sind nicht allzu viele nein die Jagdflinde war zu viel sofort wieder abwerfen doch ne Ladung gefällig lol gut gemacht Schordi wo ist die andere Tanne? oh nein wo ist denn jetzt das Mädchen Schordi macht mich jetzt nicht schwach wo ist das Mädchen glauben? oh mein Güte such das Mädchen alter die war hier bei den Müllcontainern wo ist die? ach da ist die ja läuft gucken wir mal die ganze Zelte durch hier es gibt hier noch was erst mal speichern das kann weil wir jetzt was geben bis ich die zwei Leute hier abgesetzt hab das kann ja jetzt ein Spaß werden ok ok ok